Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Heute ist der Sweezy mit dabei. Was geht? Ihr habt vielleicht schon den Titel gelesen, eine Runde Call of Duty um 750 Euro. Warum das Ganze erkläre ich euch jetzt. Letztes Mal hat mir Sweezy ja schon, weil er leider verloren hat, im Video 500 Euro donated. Und er wollte ein Rematch erstens und zweitens gibt es diesen Modus Chaos Domination. Der geht länger und deswegen dachten wir auch, okay, der geht länger, also auch mehr Preisgeld. Haben wir es einfach mal mit 1,33 multipliziert und sind dann auf diesen grandiosen Preis von 750 Euro für eine Runde. Aber die Runde wird auch ewig lang und es gibt keine Cuts, damit ihr nicht denkt, dass wir irgendwie rumtricksen oder so. Okay, let's go. Bist du bei mir drin? Ja, du bist mir nicht angezeigt. Natürlich haben wir Ralf ins Team bekommen. Wir haben wieder die beschisseste Teamaufteilung der Welt bekommen. Digga, eine Schlimmere geht glaube ich nicht. Egal. Gegen immer nicht. Es geht ja nicht um Nuklears, es geht hier darum, ja, das Kill-Duell zu gewinnen. So. Welche Waffel spielst du? Wir haben uns entschieden, beide ohne Titan. Ähm, oh, ich hab die Titan in der Hand, warte. Rampard. Rampard. Okay. Ja, Rampardieser. Okay, Leute, einfach wer am Ende mehr Kills erscheint hat. Bei gleichen Kills zählt natürlich die Anzahl der Tote, den ich jetzt schon mal bekommen hab, den ersten. Sehr schön. So. Zock mir jetzt gerade echt nicht so. Digga, ich muss mich jetzt echt komplett bein... Ich muss mich jetzt echt nicht spielen. Boah, Digga. Das Ding ist, Leute, es gibt jetzt halt keine gute KD oder so, es wird skrupellos reingerusht. Anders geht's nicht. Okay, nice, come on, let's go. Da oben sind welche, da gucken wir mal, ob wir irgendwie an denen vorbeikommen. Okay. Alles gut bei dir oder Schnappatmung? Alles gut, Digga. Okay, ich hab schon mal drei schöne Kills hier gehabt. Nein, da war noch einer, come on. Okay, Digga, das Ding ist, es ist jetzt eigentlich quasi... Wie lange gegen deinen Kill, was du heute hochgeladen hast? 20 Minuten. Also, Alter, Digga, das ist quasi 20 Minuten... Also, ja, so 18, 17. 20 Minuten komplett konzentrieren, Digga. Ich geb gleich um, Digga, das ist gleich vorbei. Digga, was macht ihr hier? Oh, Gott sei Dank. Komm, komm, der letzte holt mich gleich, aber ich schläge. Nice. So. Oh, bei mir läuft gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Bei mir ist auch nicht, ich dachte, schlimm, aber... Ist wieder kaputt. Oh, was? Beide überleben, kommt, Team, jetzt macht Kills. Damit ich E-Kia bekomme. Wollt ihr mich verarschen? Digga, das wäre so... Normalerweise wäre das so eine Situation, da hätte man den Kill... Ich sterbe nur noch. ...niemals gekriegt. Und ich kriege ihn natürlich. Oh, ja, jetzt kriege ich ihn, alles klar. Selbe Situation. Bei mir läuft es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Na, dann muss ich okay. Boah, Digga, jetzt gerade... Oh mein Gott, Digga. Bin gerade absolut der beste Spieler der Welt, ich mein's ernst. Ich mein's ernst, Digga, ich spiele absolut perfekt. Egal, dann hast du mir insgesamt, eben wenn ich das Ding gewinne, 1200 gegeben. Ist doch nice. Kein Problem. Frohe Weihnachten. Na, Spaß. Okay, wir müssen erst mal gucken, wie es jetzt läuft. Boah, Digga, ich spiele gerade zu krass, Digga. Ah, nein. Ich gucke auch wieder bis zum Ende nicht, wie es steht. Oh nein, du hast auch ein 3-Piece gemacht, Digga. Das habe ich einfach unten links gesehen. Okay, Leute, ich gucke bis zum Ende nicht, wie es steht. Let's go. Denn es ist einer... Nein! Mann! Komm schon. Okay, habe ich. Spawn da, habe ich auch. Ey, die Gegner sind voll Bullshit, Digga. Ja, sag ich ja, Digga. Ja, neuen Knall. Digga, wo ist der Gegner? Der ist einfach verschwunden, Digga, wenn der mich jetzt von hinten holt. Und ich raste aus. Sicherlich. Digga, die sind da alle oben, alle. Digga, ich kann die nicht challengen. Die sind... Hier ist einer, einer ist, glaube ich, neben mir. Digga, die sind... Man... Boah, big play, big play. Man kann die da einfach nicht holen, Digga. Oh mein Gott, get fucking destroyed. Nein, eine Kugel, Digga. Okay, Spawnflip. Lauf, 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 lauf. Ich muss mich so konzentrieren. Nein, 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 die Nate. Lass mich in Ruhe. Wow. Der ist Spawnflip, glaube ich, oder? Jaja, schon eben gerade davor. Ey, Mann! Manchmal ist die Hades so scheiße, Mann. Du hast beide geholt, Digga. Halt's Maul. Safe. Ich habe keinen Bock. Ich meine, ich habe zwar nur 250 Verlust, wenn ich dir jetzt das zurückzahlen muss. Ja, stimmt, Alter. Ja, ey, ich hätte so Minus gemacht damit. Tja, Digga, wir wissen es ja noch nicht. Ich hoffe, du machst noch richtig fett Minus, Digga. Ja, ja. Mann, Digga, der Anfang war so stabil bei mir. Das Ding ist, Leute, wie gesagt, guckt nicht auf die Tode oder so. Das geht halt nicht darum. Es geht halt wirklich nur darum, eigentlich komplett durchzusweaten. Ja, ist ja kein Newtall oder so. Genau, richtig. So, ich muss jetzt hier mal rauskommen. Das gibt's doch nicht. Wo sind denn jetzt die Gegner? Da hinten ist einer? Nein, ja, ich sterbe jetzt. Jawohl, ich kriege ihn. Und ich habe ihn gekriegt. Nice. Ich sterbe nur noch. Hier ist oben einer, der mich nicht gesehen hat. Alles oder nichts, let's go. Das gibt's nicht, die Hades ist manchmal so schlecht. Das Ding ist, das ist ja wirklich genau so, es ist ja ein Drittel länger, das Spiel. Und deswegen haben wir auch ein Drittel das Preisgeld erhöht. Das macht schon Sinn, oder? Find's nicht? Ja, ja, passt schon. Bei 10k, dann müsste die Runde echt sehr lange gehen. Egal, kriegen wir schon hin. Wahrscheinlich kommt bald Ultra-Chaos, Domination. Das ist nicht normal, dass er da und in den Spawn guckt. Du willst mich doch komplett flachsen, Junge. Es reicht jetzt langsam. Er holt mich fast nochmal, ich habe ihn zum Glück. Ey. Digga. Wenn ich jetzt gestorben wäre, ne? Digga, die kommen jetzt eh hinter mir. Okay, ich sterbe die ganze Zeit gerade, ne? Am Anfang waren die so nothing special und auf einmal tryharden die. Digga, ey, mein Spiel hat sich aufgehalten. Halt's mal. Ich meine es ernst. Ah, okay, jetzt geht's wieder. Das ist unfair. Digga, was... Digga, das ist nicht normal, Mann. Die Hardest, Digga, die Gegner spielen alle Titan, Mann. Ja, ist auch so. Ich dachte, die wäre scheiße gewesen. Die wäre scheiße gepatcht worden, aber... Stimmt wohl nicht. Ich weiß nicht, ich feiere sie nicht mehr so zum Beispiel. Keine Ahnung. Zack. Digga, wo sind denn die Gegner? Vision Pult, ich sehe keinen... Digga, ich sehe keinen Gegner, nicht einen einzigen. Ja, ich auch nicht mehr. Alles klar, Digga. Sind aber noch drin. Hä? Digga. Boah, ich kriege so viele Tode, Mann. Ja, ich habe auch so schlimm viele Tode. Das Ding ist, ich spiele nicht mal scheiße oder so. Das Ding ist, es ist einfach zu viel. Die Lobby ist aber... Ja, die Lobby ist halt. Wir haben jetzt ja auch direkt, ich muss auch dazu sagen, wir haben wirklich die erste Lobby genommen jetzt, Leute. Wir wollten jetzt nicht noch eine halbe Stunde hier Lobby suchen. Das ist nicht normal. Wirklich gegen die Titan hast du keine Chance. Ich weiß gar nicht, ob sich das Scoreboard automatisch öffnet. In der Halbzeit. Nee, mach das glaube ich nicht. Ja, ein Auto schockt mich. Ja, ist okay. Der Einer ist jetzt hier. Okay, die haben den. Die nehmen A ein. Wie denn bitte? Bam. Komm, das ist mein Kill. Neu, Knall. Was, Digga? Teammate, bist du blind? Okay, wir haben wirklich einen Invaliden in diesem Giuliano, Digga. Es war ihm einfach egal, dass der Gegner genau vor ihm steht. Oh, fuck, Digga. Guck mal die Punkte an, das geht, das ist wie im Krimi, Digga. Punkte sind, beide haben gleich viele Punkte natürlich. Absolut perfekt. Das wird 20 Minuten dauern, länger die Runde. Okay, das war jetzt mal ein schöner Two-Piece und jetzt mal durchziehen hier, komm. Nachladen. Ich muss nie nachladen, weil entweder ich bin tot oder ich bin tot, wenn ich nachladen könnte. Perfekt. Das ist ein Hund, geil. Oh, den Ajax, den habe ich so bestraft, dafür, dass der Ajax rausgehauen hat. Ich habe ihn eine Sekunde später geholt. Zack. Turn on. Nein, 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 ich bin down. Woher kam er denn bitte? Wo ist der Hund? Das ist unser Hund, sehr gut. Ich bin hinter zwei Gegnern. Nice. Jetzt muss ich nachladen. Ich habe gerade richtig gut aufgeräumt am Ende der Runde. Das heißt, am Ende ist er noch nicht ganz zu Ende, aber... Okay, jetzt kommen die alle hier. Schön. Nein, teammate, hast du... Ja, Digga, let's go. Jetzt läuft es gerade wieder gut. Drohne-Konter nehme ich jetzt mal in die zweite Halbzeit mit. Da bin ich halt der Sparfuchs. Boah, Biest. Nein, der Letzte holt mich. Yo, Mama bin... Oh, Gott. Ja, Digga, Yo, Mama bin Smokin' heißt der oder so, ne? Mhm. Geiler Game Attack, Digga. Richtiger... Okay, nice. Okay, komm, jetzt einfach nicht mehr sterben. Okay, ich gucke nicht auf Scoreboard, aber ich habe richtig nice am Ende gespielt, Digga. Puh, okay. Bin ich's? Ja, ich muss das auch sein, Digga. War es direkt am Anfang die Szene? Ich weiß es nicht. Ja, es war direkt am Anfang die Szene. Ja, ja, ja. Komm, ja. Ach ja, still, der Turn-On war noch dabei. Okay, Turn-On kann man's nicht ganz nennen. Okay. Okay, krass, das Scoreboard wird wirklich nicht gezeigt. Na, was habe ich denn? So, Konter-Drohne ist da, Drohne ist da. Ich versuche jetzt mal Trick 17, und zwar schlicht ich den da hin. Oh, wie er hier direkt gekommen ist. Ich habe 10er-Strik. Merciless. Biest. Gönnst du mir wahrscheinlich gerade, oder? Geht ja nicht um 750 Euro. Ja, du bekämpfst. Ah, okay, das stimmt, natürlich. Okay, okay, alles gut, alles gut, Marcel. Was mache ich da? Hä? Wieso kann man den Specialist nicht... Oh, ich bin so ein Opfer. Digga. Stirb doch! Junge, Digga. Lauf, 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 lauf. Okay, Digga, ich bin immer noch aufs Streak. Ich muss auch immer noch aufs Streak zu spielen, Mann. Marcel, ich muss mich jetzt eigentlich einmal selber umbringen, oder so. Ist das ein feindlicher Heli? Boah, schön gemacht, Digga. Dreiterabschluss. Ja, er holt mich eh. Na, hör auf, Digga. Mann, das ist... Das Ding ist, ich gucke halt aufs Scoreboard, weißt du? Ja, Digga, ich nicht. Das ist ein feindlicher Heli, ich kann nicht mehr. Halt's auf. Doch. 15er-Streak. 16. Ich gönne dir die Nuke echt, wirklich vom Herzen. Nein, der Heli hat mich gesniped. Mann, wieso habe ich so langsam gespielt? Das ist in der Zeit, ich vollidiot, Mann. Okay, jetzt kann ich wieder WSS reinrushen, Digga. Der Heli hat mich quasi gerettet. Das ist halt echt so, Digga. Du darfst nie auf dem Juke spielen. Was? Der Heli, Digga. Ich mag gerade aber auch keine... Woher hat der den denn, Mann? Ich check das nicht, Digga. Die werden komplett geschlachtet. Okay, schön Double Kill. Hinter mir, nein. Aber versuch nicht zu spoilern, wenn du guckst, okay? Also sag jetzt nicht die ganze Zeit am Ende irgendwie so... Ich hab 70 Kills vor der Sprung. Nein, du weißt, was ich meine. Ja, ja, keine Sorge. Ja, lächerlich. Ich guck jetzt auch nicht mehr. Ja, ich kassiere eine Nade direkt am Anfang vom Spawn. Korrekt. Digga, jetzt gerade werden wir gespawnt, ich verstehe es aber nicht. Weil davor war es auch nicht. Keine Sorge, die Runde geht eh noch 30 Minuten. Jo. Ja, ich war gerade auch echt in den Arsch. Oh mein Gott, was war das für eine Situation. Das Ding ist bei Vision Pulse wieder heutzutage eh... Es wird kein Gegner angezeigt. Die ganze Zeit nicht. Es ist so verbuggt, Digga. Ich mein's ernst, es ist komplett verbuggt. Da brauch ich mir die Scheiße auch gar nicht erst einzupacken. Er hat's gesehen, Mann. Langsam wird's ernst, Digga. Wo bist du? Komm her. Ach, Mann. Aber ich hab eigentlich ein gutes Gefühl. Ich hab eigentlich ein gutes Gefühl. Aber ich hab schon ein hartes Sinn gehabt. Jetzt zum Beispiel wieder. Ja, beide gekriegt, Digga. Mann, lauf doch, Mann. Nein, der holt uns alle, Mann. Komm her. Easy kill, free kill. Komm her, du her. Nein, ich hab vor allem. Ich mach nur einzelne Kills, das ist schon echt belastend. Dann muss ich immer 20 Minuten ums Spawn laufen. Ja, das ist übelst wichtig bei Kill-Dewan. Dass man eben jetzt, in so einer Situation zum Beispiel, dass ich jetzt nicht sterbe, so. Nein, aber wir haben beide den Kill gekriegt. Schön, dass das ja auch so eine Sache ist. Das vergess ich immer voll, Alter. Wir können ja beide profitieren. Und das ist eben manchmal auch schlecht. Du bist jetzt echt da außen gelaufen. Ich versuch jetzt hier hoch. Komm her, Bruder. So. Er steht da in der Ecke. Hab ich trotzdem. Wo ist der denn? Wo ist der hier? Digga. Du bist absolut im Spawn grad. Nein, warte. Spawn ist geflippt. Wie er nicht sterben will, Digga. Ja, das Mann ist geflippt. Weg geflippt, oder? Nein, einer noch, Mann. Komm. Hab ich. Taktik einstieg hier, hab ich. Wo ist denn der hier außen? Hä, wo ist der? Nein, er holt mich lächerlich. Ich hab ihn nicht gefunden, Mann. Nice. Nein, 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 nein. Hör auf, dass du Headglitschen, Junge. Digga, wie er da Headglitscht. Ich versuche jetzt mal diese Strategie mit dem Spawn hier hinten. Nein, er hat ein Schild. Ja, ich saub direkt weg. Das macht, ja. Geil. Richtig geil. Oh mein Gott. Get destroyed completely, Digga. Wir haben ein Einsatzteam, Digga. Halt's ab. Doch. Nein. Du hast die ganze Zeit von einem Schildtypen geholt. Hä? Oh mein Gott, hab ich das schlau gespielt. Drohne. Ich sehe keinen mehr. Digga, ich brech mir gleich die Hände, Digga. Meine Hände sind so verkrampft. Ich glaub, Spawnflip. Ja, Spawnflip. Ja, Spawnflip. Die Teammates, wie die auf die Flagge geiern, Alter. Ich meine, klar, können sie von mir aus, aber... Lauf, nein. Fuck, fuck, fuck. Ich hab echt so nachgelassen am Ende. Digga, ich bin absolut angespannt. Mann, Digga, überlebt es schon wieder. Ich kann das nicht challengen, Mann. Ich kann nicht. Dann zeig dich doch bitte. Wo ist der denn? Nein. Ja, danke Einsatzteam, danke Einsatzteam. Ja, Mann, übelst abgestauft. Ich hab's aber auch nicht bekommen. Ja, das ist eben das Problem, das ist eben das Problem, Digga. Ja, der Letzte holt mich aber. Wo spawnen die jetzt? Ich check's grad nicht. Digga. Ich hab auf A. Oh mein Gott, ich hab wieder Zehner. Junge, spring doch runter, mein Gott. Er holt mich, Digga. Das ist aber... Ey, ich... Wo sind die jetzt? Bro. Ich hoffe, wenn wir eine PS4 fließen. Digga, was? Mann, das gibt's... Ich kann nicht so laut schreiben, weil... Wir nehmen das schon wieder nachts auf, Digga. Wie spät haben wir es hier? 23.29, Digga. Korrekt. Nein, Mann. Nein. Ey, ich hab seit 20 Minuten keinen Kill gemacht. Ohne Spaß. Seit 20 Minuten. Noch 25 Punkte. Digga. Ich hab so Bock, dir das Geld auch noch aus der Tasche zu ziehen, Digga. Ja, freut mich, Brody. Schenk ich dir. Ist kein Problem. Lauf, lauf, lauf. Komm schon. Hast du es auch schon länger nicht aufs Graut geguckt, oder? Ja, ja. Ich weiß nichts mehr, weil ich nur noch sterbe gerade. Ja, schon wieder. Ich hab locker seit 10 Minuten keinen Kill gemacht. Oh mein Gott, Digga. Ich kassier fast einen Turn-On von irgendeinem Noob. Sind die eh da hinten? Ja, die sind auch da. Hast du mich gesehen? Nein, Digga. Ja, jetzt dreht er sich eh zu mir. Oh Gott. Let's go. Jetzt wollen sie wieder drüben. Und ich bin wieder hier alleine. Nein. Ey, dieser Bless Ra, wenn er mich nur einmal holt. Ich mach mir nicht bis hier kaputt. Nein, nur noch 4 Punkte. Ich weiß echt nicht. Ich hab am Ende zu wenig Kills gemacht. Das geht nicht. Bei mir lief es eigentlich permanent so einigermaßen gut. Nie perfekt, aber immer gut. Okay, ich guck jetzt. 69. Oh mein Gott, Digga. 15 Kills. Hoho, Digga. Ich hab locker seit 5 Minuten keinen Kill gemacht am Ende. Ich wurde nur noch weggehaften. Okay, Digga. Also, wir können das Ganze so machen. Ich bin zwar nicht im Stream, aber du kannst es mir trotzdem, ja, donaten quasi. Das wird dir trotzdem angezeigt. Ja. Dann leg ich doch mal den Controller zur Seite und dann hab ich dir dieses Jahr mal ganz entspannt 1250 Euro abgezogen. Freut mich, Digga. Und für alle Leute, die denken, wir labern hier Müll, guckt es euch das letzte Mal an. Das war sogar im Livestream. Also, wir machen das wirklich, das sind Ehrenschulden. Und ich freue mich jetzt auf deine Ehrenschulden, Digga. Da werde ich mich wieder mal, warte, da werde ich den Stuhl mal wieder so ein bisschen zurücklehnen. Ja, machst du das? Ja, hab ich schon, Digga. So, ich bin dann, ich wäre dann bereit für die Massage, Digga. Ja, das tippe schon. Schau mal nochmal hier aufs Scoreboard. Gerade auf deinem Spendenlink. So. Boah, das genieße ich jetzt gerade mal. Aber das Ding ist, egal. Ich werde es dann eh wieder alles nochmal reinholen. Ja, wir können ja irgendwann mal Doppel oder nichts machen. Ja, ja. Oder so ein 5 bis 10K. Dann geht das schon irgendwann. Das Ding ist, irgendwann muss ich ja gewinnen, weißt du. Digga, das ist schon so geistenskrank. Digga. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Da höre ich jetzt hoffentlich gleich so ein kleines, aber feines Geräusch in meinem Ohr. Ich kann es gerade leider nicht sehen, Digga, in der Reaktion. Ein Drecksblick, Digga. Okay. Noch habe ich hier nichts gehört. Oh, 180. Digga, das ist so witzig, Digga. Schon wieder habe ich gewonnen. Du bist ein bisschen eingerostet, Digga, du Level 51er. Kein Kommentar, wirklich. Früher hättest du mich absolut immer besiegt. Aber Leute, wir hoffen natürlich, dass wir jetzt auch endlich den Arena-Modus bekommen, weil dann werden wir viel mehr von Sweezy noch diesen Monat sehen. Lass dem Video ein Like da, checkt Sweezy's Kanal ab. Möchtest du noch was zu deiner Verteidigung sagen? Alles oder nichts, weil... Alles klar, Digga. Okay. Mal schauen. Vielleicht überlege ich mir da was. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ziye Ihren. Tony? Cheers. Ciao. Vielen Dank.